Oh ne Digga Ah warum hab ich denn den Account gewechselt Der spielt sich ja übel komisch der Q Man muss sich ja bewegen als Jumie Das hat mir niemand verraten Junge ich wollte Flash igniten aber es geht ja nicht Oh shit Das war nicht gut Hilfe Suboptimal Jumie spielt sich ja richtig beschissen alter Wie kann man denn das freiwillig zocken Wirst du Tech-Proc? Arm Junge Komm her Nee Zoomie main Oh ne Brinker Ne ist gar nicht gut Brinker Abbruch Hat sich schon gut angefangen Toll ist Mio tot Nee der Champ ist so kacke Ich bin einfach jedes mal tot wenn irgendjemand auf dem ich einen Fehler macht Das ist ja übel scheiße Das ist ja übel scheiße Sie ist sehr abhängig Jo Was haben wir übelsten Damage Press your Tech-Proc Bam Jumie ist ja broken Macht ja so Bock Jo Was ist das jetzt? Okay Ist schon ein bisschen geil Ist schon ein bisschen geil Eine neue Jumie Legende wurde geboren Ist das geil Und auf die Diana Let's go Doch ist schon witzig Ich bin ja ehrlich ist schon witzig Ist schon witzig So gehen wir Base Natürlich gehen wir nicht Base Wo geht die Reise hin? Oh einmal um die Ecke Okay ja Und jetzt rein in die Mitte Let's go Wup Erwischt Haha Kacknoob Der Support ist ja so broken Warum hab ich Boots? Scheiße Ich hab Boots Oh no Könnte daran liegen Dass ich auch fucking Press your Tech dabei habe Aber ist nur ne Vermutung Wir können die einfach rein fetzen Komm Das ist geil Haha Das macht ja übel Spaß Da will ich mit Da will ich mit Ja Ja Looking good Looking good Klasse Na weiter 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 Und boom Ist das geil Ist das einfach viel zu geil wirklich Und lass mich nach Hause So was kaufen wir uns jetzt? Ah ein Sensor schon oder? Warte bleiben sie stehen Ich hab immer viel zu viel Kohle Hä? Kann ich die Boots verkaufen? Leute man kann Boots verkaufen? Wusste ich gar nicht Ey Holt mich ab hallo Holt mich irgendjemand ab Ja ja Wir kommen Wir kommen Lass mich springen Lass mich hüpfen Ich bin doch wirklich einfach mit Abstand die beste Jumi auf dem Server Könnt ihr mir sagen was ihr wollt Das ist schon mal so eine Klinik Kann ich hier über die Wall hüpfen? Ne kann ich nicht Schade Oh das ist geil Das macht einfach Spaß Also ich drücke wirklich sehr erfolgreich diverse Tasten Bin mir noch nicht sicher ob das jetzt die richtige Kombination ist Es ist schon sehr anderes Gameplay ja das muss man schon sagen Aber auch sehr geil Oh Ich kann hier nicht mehr raus Ich bleib jetzt drin Ich komm nicht mehr raus Ich komm nicht mehr raus Ah Scherz Jupp tschüss Jupp tschüss Jupp tschüss Jupp tschüss Jupp tschüss Jupp tschüss Hull mich ab Hallo Stehen bleiben Bleiben sie stehen Hallo Hey Hallo Hull mich ab Danke Hey Ne Da komm ich nicht mit Falsche Richtung Hey Ne Dann bin ich raus Na gut Aber lohnt das im Teamfight später noch raus zu gehen für das Passive Schild? Ne oder? Ich kann hier Ich würde gerne nach unten laufen Aber ich kann nicht Ich bin jetzt stuck hier Ich bin stuck in mid lane Ich bin stuck in AD carry low Na gut dann nehmen wir den mid lane turret Ich würde auch eigentlich Ich würde so gerne auf dieser Diana da unten sitzen Oh das wäre schön Aber ich habe den Zug leider verpasst Und dann kriegen wir halt mit der Töte Das ist auch okay Geh doch rein Na toll Ich habe nicht genug gepinkt Ich muss mehr pinken Ich habe auch einen absolut starken Vision Score von 23 Sollte als Jumimane glaube ich ausreichend sein Ich habe keinen Mana mehr Wieso habe ich keinen Mana? Was soll die Scheiße? Das ist ja uncool Na gut weil ich keinen Mana Flow Band dabei habe Hups Hm Ja das macht Bock Komm Ja ich hole dich ab Öh Das war knapp Also ich muss aber auf jeden Fall schon mal sagen Mana Flow Band scheint eine relativ nützliche Rune zu sein auf Jumi Da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster So was kaufen wir uns jetzt? Rabadons oder so Musik nicht Was kaufe ich mir denn jetzt? Rabadons hört sich wirklich gut an Okay Ich sehe zwar nicht wo es hingeht Aber es hört sich gut an Okay Okay ja Ähm Guys Wo führt der mich hin? Was soll die Scheiße jetzt hier? Ich wurde gescamt Ich wurde komplett gescamt Welchen Winkel hast du denn da gesehen? Nie wieder Junge Nie wieder setze ich mich auf einen Midlaner Meine ganzen Maji Stacks Alle weg Alle weg Presti Tech hat schon 300 Damage gemacht Das ist sogar eine ganze Menge Nee auf dich setze ich mich nochmal rauf Geh weg Na gut doch Als Transportbattle bist du noch in Ordnung Aber das war es dann auch Wo geht die Reise hin, Ruby? Du und ich Alles ready Ich bin für alles zu haben Wirklich Weiter, 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 weiter Drei Zwei Eins Ganz normaler 500 Heal Gar kein Problem Guck mal Alter, der boxt sich um Ich boxt ihn komplett weg Das ist die Combat Achso Achso Ich werde schon wieder gescamt Nie will mich jemand abholen Ich komme, Branka Ich bin gleich da Ich komme Warten sie, warten sie Ich komme Bäh Bäh Ich bin Sag mal wie es ist Du meinst du wir sterben hier? Presti Tech Proc Ja Wir haben ihn gleich Wir müssen aber aufpassen Der Turm tut ganz schön weh Ah Wir sind gleich dead Da müssen wir ein bisschen aufpassen Oh Vorsicht Ah ja Wir sind gerade so noch rausgekommen Das war wirklich eine knappe Kiste hier Nebenbei macht da jeder den Nash Solo Ist ein ganz normales Season 11 Game Der Saiyan tankt 15 Tower Shots Die Diana Solo den Nash Das ist wirklich Hier gibt es auch nichts besonderes zu sehen Machen wir hier schönes? Was machen wir zwei süßen jetzt hier? Knuspern uns hier einmal kurz den Rengar weg oder was? Klasse Jo das war doch ein absolutes Banger Game Also Yumi ist auch einfach ein geiler Champ Da kann man sagen was man will Ich hatte Spaß Das ist ja übel scheiße Das ist ja übel scheiße